Die Laben können mir echt gestohlen bleiben, die Scheiße, oder die Creme. Keine Ahnung, was das ist. Oh Mann, nee, nee, falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich könnte die eigentlich auch aufkleinern, aber ich finde es voll die Verschwendung für die ganzen Kücher, Mann. Ey, das ist doch echt hier. Unfassbar. Oh mein Gott, ey. Was kann ich hier Schönes ablegen? Eigentlich die Magna, aber. Ah, sollte ich jetzt mal sagen. Geht mir in meine Mische wieder. Oh, wieder sehr gut. So gefällt mir das. So bin ich auch schneller unterwegs hier. Flotti Karotti. Ich muss nur schauen, wo ich jetzt genau hin muss. Irgendwo runter, oder? Scheiße, ich höre schon wieder irgendwas rumlaufen hier. Verdammt, der Scheiße, Mann. Ich hoffe, ich lasse doch in Ruhe, Mann. Ich habe jetzt auch schon alles von hinten. Ich bin ja nicht versorgt, oder was? Ich habe jetzt so viele Dinger bekommen. Oh, nee, oder? Das war doch da, wo ich gerade eben hergekommen bin. Auch ein bisschen unlogisch schon, weil es sind einige hundert Meter. Und der hört es komischerweise. Aber naja, wollen wir mal nicht so sein. Wir sollten lieber trauern, Alter, dass da so viel jetzt kommen wäre und ich mir hier durchkämpfen muss. Hey, Mann, ich hasse die roten Teile immer mit dem scheiß Gehirn und den roten Zungen. Vielleicht hier? Ich bin mal gespannt, was hier drin ist eigentlich hier. Da muss er da gar nicht durch, ich weiß ja nicht. So fängt alles an. Mit einem Schlüssel, mit zwei, mit drei, mit vier. Immer so weiter, immer so weiter. Hier muss ich nur gucken, wo ich jetzt hin muss. War hier nicht der, 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 der Fotoraum? Doch. Habe es doch gewusst. Warte, wenn ich nochmal hier lang gehe, dann. Wo komme ich da nochmal raus? Da. Dann, wenn ich hier lang gehe, dann. Das stimmt falsch. So ziemlich, jo. Aber das ist eigentlich hier die Pflanze. Mal eine geile Mixur daraus, alterweil. Ja, Mann, dankeschön. Was war hier nochmal? Eigentlich nichts, gell? Ne. Scheiße, Mann, hier gab's hier gezüglich nichts. Oh, Mann, I have a dream. Spaß. Und ich gehe lieber da, wo ich hergekommen bin. Es kommt wieder durcheinander, Mann. So viele Türen und Wege, wie es hier gibt. Macht es einen doch schon etwas emotional auch, äh, instabil, möchte ich mal sagen. Okay. Warte da lang, oh... Nee. Nee, Mann. Wir kommen hier schon auf die... 85.000 Zombies, die durch die Fenster gekommen sind, grad eben. Und was war hier nochmal? Achso, ja, ne. Ja, schon immer wird er automatisch etwas vergesslich, wenn man andauernd hier irgendwie, äh, durch Tüten läuft. Warte, kann ich da irgendwas machen vielleicht? Scheiße, ne. Was hätte ich jetzt die Türansicherungsteile runtergelassen, also dass die scheiß Zombies nicht mehr da durch können. Hm. Scheiße, man, ich konnte eigentlich quasi runtergehen, Abkürzung. Kann ich eigentlich raus? Wahrscheinlich habe ich vielleicht lieber drin. Genau hier muss ich hin. Hier war's. Noch ne Pflanze, aber ich hab keine Pflanze mehr, aber doch, aber... Ach komm, ich nehm die wirklich lieber mit. Ich nehm die wirklich lieber mit, weil nachher steht das Gefländer bloß. Äh, ich hab die Zut genommen. Komm, mit einem sexy, knackigen, viereckigen, pixeligen Arsch. Alter, sieht aus, als ob der Pampers an hätte, der ekelhafte. Im Kontinent, Alter. Was war hier nochmal? Ich glaub, da, wo das Teil drüber gejumpt ist, ist das eine komische... ...Monster. Jupp. Dann geht's da lang. Genau, bei dieser Tür hat sich, glaub, bei der hier. Oh, Jesus Maria, Gott sei Dank. Und hier müsste ich das letzte Teil drin sein, wa? Oh, da liegt auch schon was. Sieht aus, sieht Crack. Ne, ah! Auf einem Wagen, da ist etwas auf dem Rad. Läuft der Dame, König Bube, und der Wagen blügt auf die Tube. Ah, ich brauchte doch für, für, für Dinger, Mann. Damit ich da, äh... Da oben würde ich das zahnt, wisst ihr das noch? Ah, hier bin ich jetzt. Ja, was soll ich die Erleuchten, Kurva? Was? Das labert niemand. Feuer anzünden, dann mach ich das nochmal. Aber ich hab gewusst, dass man etwas anzünden muss. Ja, bestimmt nach der Dinger, Mann. Nach der Reihenfolge. Also ich wissen, wer damals ist, wer Hitler ist. Leck mich doch am Arsch, gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ey, wie soll ich jetzt hier... Na, was ist denn? Leck mich fett. Ich weiß, von der Mitte alles, das mal. Oh, jetzt kann ich nur um Stunden handeln, von der ist, kann sich nur um Stunden handeln. So viel aus als Möglichkeiten gibt's auch wieder nicht. Ah, endlich hier. Boink. Jooo. Hoor, hooo. No, Gott sei Dank, das gibt's doch nicht, hör. Scheiß, ich kann keine Gegenstände mehr. Das sind wahrscheinlich wieder Fotos, die eines Teil des Teil auf dem... das... das äh, Foto-Teil auf dem Tisch. Das lasse ich gleich mal da, weil ich hab keinen Bock für den Scheiß jetzt extra hier wieder durchs ganze Teil zu laufen. Police Department. Um bei der Windert ein Foto zu sehen. Ehm. So, und ich geh jetzt mal wieder ganz nach oben. Da wir jetzt Zahnrad haben, muss ich da wahrscheinlich auch hin. Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind so weit die Welt gekommen bin. Ich glaub ja nicht. Okay, hab alles... Zahnrad müsste sich oben befinden. Ich geh einfach die Tappe hoch. Also die Feuerwehrleiter da. Da sollte er eigentlich auch schon da sein. Oh, scheiß Vieh, Mann. Scheiße, Mann. Aber naja. Jetzt links, glaub ich, wa? Am besten geb ich Gas, bevor das Teil mich erwischt. Der war knapp. Und die Teile... Leute, also die zocken wirklich ihr Leben ab, Will. Ja, wenn die kommen, dann ist hier echt... Hadi gadi, wirklich. Rambazamba, Kurova. Okay, jetzt soll die eigentlich nach oben. Und da sollte sich das Teil befinden. Mit dem Zahnrad. Und ich bin echt mal gespannt, was du da oben erwartet. Ich guck mal. Hoffentlich bin ich... Scheiße, Mann. Ich bin hier richtig, Alter. Ich weiß nicht. Doch, ich denk schon, oder so weit oben. Das muss nur... Das kann doch... Der darf Boden sein. Ja, Mann. So, dann soll ich mal das Zahnrad einsetzen. Okay. Jetzt aber, wa? Sollte die fette Tüte aufge... Jawohl, Alter. Du Scheiße. Oh, hier ist schon, oder was? Hey, endlich. Eine alte... Wollen sie drunter lutschen? Jupp. Ah, das schlauft hier eine Abkürzung, Mann. Genau. Da komm ich gleich bei den Dinger da raus. Genau, hier. Oh, shit. Ach, du Scheiße, Mann. Ach, du fette Scheiße. Wenn ich gegen das Teil gekämpft muss, dann bin ich verloren hatte. Ich muss mal durchatmen hier. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig lang laufe. Ich darf, ich gehe mal rüber zu dem Teil. Gucken. Was ist das für ein Ding du auch bist? Mit wem ich es hier auch zu tun habe. Ben! Können Sie mich noch hören? Komm, antworten! Geh raus! Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich habe fast die Geschichte. Ben. Ah, ha, ha. Bitter Ironie. Der Chef der Polizei. Er ist ein Co-Conspirator. Oh, get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. What's wrong? Ah! Oh shit, verschissen Affe, mann. Fuck, mann. Oh Gott, was war das? Alter, wie viel zu lesen? Sind die dumm, oder? Sind die dumm? Ich glaube, die sind eher dumm, oder? Wohin will die Ada wieder, die hat er stehen? Typisch Frauen, Alter. Typisch Frauen, ne? Wirklich typisch Frauen. Anna hat nur rumlaufen und hier irgendwelche Sachen abchecken. Die alte Stylerin. Verstanden. Ich gehe raus und gehe nach dem Sewer. Könntest du mich dort treffen? Ich bin auf meinem Weg. Oh Mann, 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 hier kommt man nur durcheinander. Nur durcheinander. Ah, hier sollte es quasi lang gehen. Canalisation, genau. Gut, dass ich jetzt endlich den einen Stecker habe. Damit sollte ich viel benötigen. Wir müssen mal die Zunterspendung. Oh shit. Der war wirklich knapp. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall alle Stecker und ich sollte jetzt auf jeden Fall mich auch weiterbringen. Hoffe ich mal zumindest. Ich glaube, der Speichern, von der wir angedacht werden, bevor die Spiele abkackt oder dergleichen, sollte ich auf Nummer sicher gehen. Ja.